Ahoi ahoi und herzlich willkommen zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Beim letzten Mal waren wir am Ende von Episode 4. Wir hatten eine ziemlich dramatische Puzz-Situation und mit unserer Entscheidung haben wir, falls ihr euch entsinnen könnt, naja zumindest wenn man der Geräuschkulisse glauben darf, die ganze Situation in einen Moshpit verwandelt. Das war weniger gut vermute ich, aber ich hab's, ehrlicherweise, muss ich gestehen, ich hab's drauf angelegt, weil es war zu offensichtlich. Naja, egal, wir schauen mal wie es weitergeht und wer überhaupt dieses Gebäsche am Ende überlebt hat. Mit Episode 5, wuhu. Mit einem kleinen Rückblick am Beginn nach diesem sexy, sexy Ladebildschirm, oh baby. Na gut, so sexy auch wieder nicht. Egal. Hauptsache, ihr seht jetzt was passiert ist. Falls ihr, warum auch immer ihr auf die Idee kommt, das nicht zu tun, meine letzten Folgen nicht gesehen habt. Aber egal, jetzt gleich werdet ihr es erfahren. Wenn denn der Ladebildschirm Bock hat, also das Spiel vielmehr gesagt, und wenn der Ladebildschirm keinen Bock mehr hat, was jetzt gleich hoffentlich der Fall sein dürfte, und zwar jetzt. Jetzt. Komm, komm. Komm, geh weg. Ladebildschirm, geh weg. Bitte. Bitte geh weg. Ladebildschirm, du hast versprochen, wegzugehen. Vorher auf The Walking Dead. Und er ist weg. Kötzten einen, um viele zu retten, ist Teil der Überlebung. Ich brauche nur ein Minute. Ich werde dich aus Ihrer Misery, gleich dann. Wenn ich mich auf Kenny jetzt sehe, er sieht einfach, er ist broken. Und broken Leute, die Recklesser werden. Hier. Bleib es. Wenn Dinge starten nach links, nicht lassen sie dich mit ihnen mit ihnen. Mit diesem Drama hat es letztmal eingehendet. Mal gucken, wer überlebt hat. Falls jemand überlebt hat. Und ich denke mal zumindest Klemm. Ja, ich weiß, dass die Geschichte angepasst wird. Aber trotzdem nochmal danke für die Info. Ich wünsche mal den Auftakt. Scheinbar noch mitten im Gefecht. Oh, shit. Was ist das? Die Sachen werden scheinbar übersetzt und nein, ich werde das Baby sowas von nicht da lassen. Komisch, dass ich jetzt immer von vorne die Stolmer erklärt bekomme, aber gut. Es gibt mir gefälligste Deckung, ey. Ich werde das scheiß Baby holen, ob sie passt oder nicht. Oh, shit. Ich habe noch nicht gesehen. Oh, shit. Okay, okay, wir müssen etwas tun, y'all. Oh, komm hier runter. Du kannst nicht einfach hier sitzen und lassen diesen Mann an uns nehmen, bis er aus der Hand fliegt. Wir müssen das tun. Also kurz darüber reden, und mach es! Ja, ja, okay. Ich muss mal reißen, was das ist, wenn ich mal so ein Weiß bin. Du musst nicht mehr werden, als es bereits ist! Du kannst einfach gehen! 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 Englisch, motherfucker! Ich töte jeden von euch! Du kannst einfach gehen! Wenn ich nur auf die Seite der Wand fliegt, dann kann ich vielleicht einen Blick auf diesen Mann an. Du kannst mich, okay? Du kannst einfach schreien nach Tote's woods. Du kannst mir etwas denken, was ich? Ich werde versuchen. Ja? Okay, gut. 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 Ich brauche die Distraktion. Okay? Alright, ich werde. Komm! Hey! Was bist du? Oh, du Idiot, ey! Bam! Kenny macht keinen Scheiß! Du bist so weich, ey! gut! You get out here! You get out here! We're putting a bullet in this kid's hand! Shut up! You get out here! You're not putting a bullet in this kid's hand! Shut up! You get out here! You get out here! You get out here! You get out here! yeah, right fucking now! You'll kill me, dude! Oh, nee. Oh, Kenny, pass auf. Zack. Oh, shit. Wieso, glaube ich, da steckt jetzt eine Nagelpfeile drin? Oh, nee. Wuuuuh, wer kommt denn da wieder zurück? Geil. Der hat sich hier auch lange hingehalten, jetzt am Ende. Es ist sicher, dass sie rauskommen sind. Hier, ich habe ihn. Puh, was ein Drama. Sehe ich, das richtige Moment, wer von uns ist, außer Rebecca, das war ja am Ende der letzten Folge, ist keiner gestorben. Boah, sind wir gut. Jesus Christ. Oder habe ich ihn vergessen? Das war, äh, das war intensiv. Ich dachte, nee, ich dachte, das war es. Ja, das war es für diese Arschlösen. Sind Sie, sind Sie okay? Ich denke so. Ich wusste nicht, dass ich diesen Mann nicht wusste. Ich habe nie jemanden, der mich nicht falsch hat, in einem Moment, der es nicht verdammt hat. Ich versuchte, dass er ein Walker war. Aber es ist anders. Du hast uns saved. Ja, das ist das, was ich getan habe, aber es fühlte falsch. Trotzdem danke. Komm, komm. Okay. Wie hat das passiert? Sie hat sich umgekehrt. Just like Dan. Ja. Das ist nicht deine Schuld, okay? Sie hat einfach... Sie hat einfach zu viel Blut verloren. Es ist niemand der Schuld. Du hast die Bedeutung. Wir könnten sie besser machen. Sie war einfach zu weit weg. Sie ist mit Alvin, jetzt. Ja. Ja, sie ist. Keine Worte, Bekka. Wir nehmen dich auf dein Junge. Du wirst schnell. Du Scheiße! Hey! Hey! Stop! Guys! Get off me! Es ist vorbei, Mann. Er ist eine Gefahr zu uns. Wie kannst du das sagen? Natürlich ist er. Geht aus dem Weg! Woah! Was machst du? Ich mache das gleiche. Das ist eine Sache, das dieser Arschlusser versucht zu tun. Es muss nicht so sein, wie das. Kenny, seine Schwester ist tot. Er hat genug verloren. Du musst das nicht tun. Es gibt ein Haus. Essen. Bitte. Bitte. Ich kann dich nehmen. Bullshit! Nein, nein. Es ist wahr. Wir haben einen Platz. Nicht weit. Essen. Sie sehen? Er will helfen. Oh, nicht dumm. Er hat nur versucht zu retten. Er hat nur versucht zu retten. Er hat nur versucht zu retten. Warum kannst du uns helfen? Ich... Ich will noch mehr Menschen sterben. Dann close deine Augen, und ich werde es schnell machen. Jenny. Entfernen Sie. Er hat ihm gesagt. Er hat sich die Wahrheit anbeten. Er hat uns schwer verletzt. Er hat uns gegründet. Er will so viel leben, wie wir tun. Er hat uns gegründet. Er hat uns gegründet. Es ist für die Reste, dass wir das ansehen. Das Ort verratzen. Er hat ihn nicht gegründet. Er hat uns gegründet. Wir sollten gehen. Wir müssen einfach ausfüllen. Es ist nicht weit vom hierher. Nein, keine. Hey, 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 was ein Auftakt. Wobei eigentlich war es gar nicht so dramatisch. Ich meine, immerhin von uns haben alle überlebt. Gut, das war ich ja jetzt ein bisschen angeschossen, aber da soll man nicht rumheulen. Ich kann nichts heben, weil ich eine reingeboxt bekommen habe. Und mache trotzdem einen noch starken Held. Ich weiß, dass du wahrscheinlich verletzt hast, mich zu verlassen. Als ich die Schrauben hörte, wusste ich, dass es ein Fehler war. Wenn es hilft, würde ich das, was ich normalerweise machen würde, ist, zu gut gehen. Aber ich habe es nicht gemacht. Obwohl meine Instinkte mir sagen. Obwohl... alles, was ich gesehen habe. Alles, was ich überlebt habe. Ich bin nicht glücklich. Ich bin glücklich, dass du zurück bist. Ich wollte nicht, dass du in den ersten Platz gehen hast. Danke. Das ist... das ist gut. Weil du wahrscheinlich 90% der Grund, warum ich zurückgekommen habe. Und es wird wahrscheinlich ziemlich angenehm, wenn du mich immer wiederholt hast. Ich wollte es nicht angenehm sein. Nein, das würde es nicht angenehm sein. Ich werde es versuchen, das funktioniert. Alles, was ich kann tun, ist... Ich versuche dir, dass ich dich nicht wiederholfen werde. Das, wenn ich ehrlich gesagt habe, habe ich noch nie gemacht. Obwohl ich wahrscheinlich schon hätte. Ein paar Mal jetzt. Du musst nicht die Schrauben an ihm den ganzen Tag. Du vergisst, was wir einfach durchgingen? Er ist nicht weg, Kenny. Du musst deinen Arm ausziehen. Ich bin Angst, Kenny. Er ist... Er ist in einem dunklen Ort. Wir müssen ihn aufhören. Alles, was er erlebt hat. Aber er hat sich verloren. Es verändert ihn. Ja, ich habe das auch. Tja. Du bist der einzige, den er vertraut. Den er wirklich vertraut. Das bedeutet, du bist derjenige, der ihn wiederholfen muss. Er betrifft auf dich. Wenn wir wirklich das wirklich funktionieren, dann betrifft wir alle auf dich. Ich werde mein Bestes machen. Ich weiß. Komm schon, Slowpokes! Ob das noch lange dauern wird? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir sind bald da. Ach, das war ich ja wieder. Wenn ich dir etwas erzähle, dann hörst du dich. Entstehst du? Kenny? Komm schon! Es gibt nichts dafür. Er bekommt das, was er verdient hat. Ich spreche mit dir. Ich sage, Stopp! Du besser, Stopp! Wenn du wissen, was für dich gut ist. Kenny! Er versteht. Er bleibt einfach. Mein Gott sei Dank. Ich werde ein Wort mit Kenny. Er muss ihn nicht so gut behandeln. Er hat genug gemacht. Du bist hier gut? Ja, ja. Geh mit ihm. Ich habe Klamm, wenn ich nichts brauche. Okay. Hier, einfach das Baby. Okay. Setz dich zu dem Weichei. Was ist es mit euch? Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Jeder Mann, die ich weiß, ist immer versuchen, zu uns zu wissen, wie schwer sie sind. Wie schwer sie sind. Sie legen sie in ihren Platz. Sie sind. 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 Ja. Ich glaube, ich bin in genug Spittin' Contest, zu sagen. Sie sind. Ach, hatten die beide vorher etwas miteinander? Oder was soll das jetzt? Was? 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 you look like crap. Ha, 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 oh. Ah, don't make me laugh, alright? Hurts, wenn I laugh. Vielleicht sollte ich doch mal die Medis rausrücken. Irgendwie verpasse ich immer den Moment, weil ich denke, vielleicht kann ich dir den danach noch geben. Nein, das geht scheinbar nicht. Wie kommen wir hier? Was meinst du? Sitzen im Schnee. Legen gegen einen Baum. Ich habe jeden Fall in meinem Land. Aber lebend. Wenn so viele meiner Freunde sterben. Für keinen guten Grund. Und ich kann nichts tun, um es zu stoppen. Alle, die wir mit uns sind, sind einfach weg. Nick, Pete, Alvin und Becker. Carlos, Sarah. Und für was? Du kannst dich nicht verraten. Es war nicht deine Schuld. Nein, nicht komplett. Ich könnte mehr haben. Und das ist nicht für eine Debatte. Ich weiß es, meine Beine. Und ich muss mit ihm leben. Okay, das sollte funktionieren. Das ist perfekt. Was habe ich verloren? Du, Weichei. Nicht mit deinem Gejammer kannst du dir einstehen. Vielen Dank. Bitte, Yana. Hey, Clem. Go over and see if you can change the bandages on Kenny's wound. I offered, but I don't think he was comfortable with me doing it. But you know him better than I do. Maybe he'll let you do it. Okay. That a girl. That's gonna sting. But only for a second. It's gonna clean it. Oh, I know what it does. It's gonna suck. It's gotta get done. Und verdammt schmerzhaft für ihn. I was thinking we go with Alvin Junior. What do you think? Rebecca mentioned she'd like to name him Alvin, if it was a boy. I mean, Rebecca was so out of it, she hadn't settled on her name. I think his parents would have liked that. Yeah. Me too. Alvin Junior it is. Do you like that? Well, I think AJ approves. What do you, uh, got there? Cause I think I'm alright. Alright. I mentioned it earlier. I'm changing your bandage. Sounds like I don't have much choice in the matter. You don't. You shouldn't have to do stuff like this. Shouldn't have to do a lot of things. Alright. Let's get it over with. Hopefully it don't scare this little guy. Or you. So how does it look? Are I still gonna be pretty when this heals? I'm glad Carver is dead. We saw it to that, didn't we? So... I'm guessing this is going to be the shitty part. So, this is going to hurt like hell. Well, you could have lied a little, you know. No. 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 So sorry about the language, Jr. You're gonna be tougher than me when you're grown up. I'm gonna expect you to be more of a gentleman than I am. Man norse, is that smart! It'll be tough... Just like his dad. Well, Alvin didn't look it. But yeah... That guy had a pair of them. You were right about me giving myself up. Ich kann nicht glauben, dass ich an Alvin schütze, um ein bisschen länger zu halten. Wir sollten ihn erholt haben. Wir haben ihn aus dem Kampen geholfen. Ich denke, dass ich das immer, wenn ich an Alvin hier sehe sehe. Alvin sollte hier sein, um diesen Mann zu erinnern. Es sollte ihn sein. Die beste Sache, die du für Alvin und Rebecca kannst, um ihn zu erinnern, um ihn zu erinnern. Hoffentlich wird er deswegen nicht alles und jeden umbringen. Na dann kann die muntere Butterfahrt ja weitergehen. Wunders gereinigt, alle sind versorgt und wie es weitergeht und ob wir tatsächlich zu dem Ort geführt werden oder in einer Falle, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Abonniert mich, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, auch weitere Let's Plays. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.